Doch, dein Hund wird nicht gestreichelt. Oh, ja doch, doch, mein Hund muss gestreichelt werden, mein lieber Brat war. Jo, ich bin fein. Ich mag Hunde. Ich auch. Lauf mal schnell nach Hause, ja? Na los, ab mit dir. Spiel ein bisschen mit Luxa. Hast du zwei Hunde? Ne, ich hab, Luxa ist ein Jaguar. Achso, Jaguar, what the fuck, wie kostet der? 60 Millionen. Nur? Hei, der Whisker! Konnte man im Frühjahr, wo er in der V1 noch sehr billig kauft, was ich weiß? Ne, in der V1 konntest du nur normale Haustiere kaufen. Ne, und Schweine. Ja, Schweine. Und Geparden auch. Ja, aber... Da konnte man alles kaufen. Meine Luxa, sie ist... Meine Luxa, sie ist... Ich hab mir ein Schwein gekauft. Ich hab mir ein Schwein gekauft. Und immer wenn ich das herrufen wollte, ist irgendwie mein Kopf explodiert. Meine Luxa ist einfach... Besonders. Univon, Herr. Ich glaub... Mach's gut, ey. Ja, er ist hingeblieben. Alles gut, Dirk. Was hast du über meinen Hund? Ne, ich hab nur gesehen... Ich hab dich hier mein Gesicht geschlagen, dann bist du hingeblieben. Nein, dann ist er runtergefallen. Du... Ich bin mein Hund. Ich bin mein Hund. Ding. Ding. Haben wir hier Michael Jackson Faker oder was? Ja. Ja. Ich hab das mal bei... Ich hab das mal bei... Ich hab das mal bei... Ich hab das mal bei...